Herzlich Willkommen liebe Leute zum neuen Part von Letzten Mario Kart, wie den Part bin ich allein, sondern meistens zusammen mit meinem Kollegen Samuel, einfach weil ich es überdachte, es ist lustig, mal einen Part mit ihm zu machen, das heißt ich zeig euch dann dementsprechend auch den Mehrspieler Modus, den es gibt, wir spielen zu weit und du musst bei dir mal A drücken oder Plus besser gesagt zum hinzufügen ja das ist der Vital mit Druckspiel so ganz generell ach hier geht ne Versurennen und Wettkampf Wettkampf? Nein, Versurennen mhm mhm dann ist das ja halt so ne extra Part, der erst morgen hochkommt so ich bin ein Zufasaurus hier du du musst Baby-Ding sein, du musst Baby-Maius na für Maiossi ich bin ja König, aber es ist ja echt König boah, meine Füße stehen mein Schwarz du sagst ich sagst alle Leute, ich kann froh sein, dass ich kein Geruchsfernseher habe sonst würdet ihr hier boah ich kippe hier, ich kippe hier, ich kippe hier von nö na wir hatten grad Sportengauer sagen mal nicht so hast du es jetzt mal hier ich muss wissen, er ist in diesem Sport L naja ich kippe hier ich kippe hier äh was oh oh das ist jetzt das ist ein komplizierter ASV50 jetzt ähm der Meister erklärt's ja du, das ist das ganze besser gerne spielen, das ist wie trug wie viele Plätze gibt's zwölf oder das ist das Betrugsspiel des Todes hast du es mal gespielt? mal Akati? ja ganz früher mal das ist das Betrugsspiel, das als Orr an den Controller so bewegen muss bitte nicht ja du hättest auch einen Natshock haben können den beim Controller dran baut, aber das so umständlich ist ich möchte es bloß überlegen ich habe mal ne Frage wie hier kann ich zum Beispiel äh also driften 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 automatisch automatisch als andere ist richtig ärztlich auf der Wien und wie mach ich aah so mach ich oh mir ist hat Babypeats überholt aha ich komme übrigens in Speed as Rack mit viele Ersterbomben as to maybe no und wie schieß ich mein Zeug ab was ich habe mit dem Steuerkreuz so lobt den Hut au als ob dieses Vieh-Auto ist ein Mobbing-Auto noch eins noch eins nein aber man kann natürlich nicht beim Driften beschleunigen ne nix gewürzt aber alles andere ist halt hochärzt in diesem Spiel der Riesenpilz der Riesenpilz ja den gab es dann auch lange nicht mehr shit ich bin halt das Erste bei 100 CCM das ist in Ordnung das ist echt ordentlich aber du kannst wenn du über die über über die Dinger hier fährst ne Kontrollers wird genau gibt's so ein Zufall aber du hast es damals auch zu wie gespielt ne ja schon teilweise ja schon teilweise hattest du damals eigentlich eine wie schon oder ja 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 dich schon der hat nie wie na ist nicht ja doch schon aber das war es so lange es hat ja aber Mario in der Autos sind einfach dass das wie von meinem Vater was da im Auto drin hockt Digga da hängt er uns im Mies drin was hab ich denn da Junge hä und ich weiß nicht so was teuer gerade es war irgendwie grad ne Blitzwolke die hab ich eingesetzt und hat mich geschockt ja also auch mich hat 5 Leute überholt das ist ein Bedrucksspiel das sag ich so ganz nett zu mir wenn du Bedrucksspiel spielen willst es ist dieses dieses System das hier auf einmal irgendwie sieht immer ich ganz schnell hinter dir sind und bald zu kurz an Geschwindigkeit verlierst hier Paul Alter ja was kommt noch alles auf einmal digga Powerblock erster Bombe ja irgendwie innerhalb von fünf Sekunden drei Plätze wird gemacht aber los alter Bombe erster Bombe schon wieder ja war was auch sonst nur für dich nur für dich ja genau nur für dich digga das ist doch wie gesagt das Betrug ne und F16M gehts eigentlich noch voll aber erster Bombe digga digga das ist doch Betrug hier das ist doch scheiß Betrug ja genau jetzt werde ich weiter ich war schon die ganze Zeit erster ne ich war doch erster wunderbar betrug doch nicht so hart da fährt 6 da WTF Betrug ist da alter WTF hey Junge Betrug ist heftig da ne bei mir gehts jetzt hier ach wo bist denn du da unten sobald du einmal zurückfällst überholen dich fünf Leute ja ja das spiel ist die ganze Zeit guck das ist das hier ein Fakt der erste Bombe gibt es doch was ich bin ich doch ja was hast du vorhin du hast keine Auswahl drüben auf die Stern ja noch eins rüber auf die Krone du baust das fest dann oh nein ist das doch nicht doch stört okay wir machen der Nacht dann am Ende vielleicht ein Regenbogen oder warte wirst du runterfallen sowas ist heißen 100 CC am da wo ist das alles von links und der Rest und oben und unten aber aber weil es ist jetzt kommt das Spiel mal zu langsam für ein Rennspiel vor ja aber da ist der Betrug auch und da ne 50 CC am dem Spiel ist 100 CC am in Mario Kart WTF ich habe die Rückenwind bin deswegen schneller gefahren irgendwann mitten rein und schon bin ich draußen und zwölfter ach ne Betrug ist da so funktioniert das definitiv ich sag ja Anzeige ist raus das Spiel ist Betrug hey Junge so funktioniert das definitiv ne und auch dass ich meine Fahrrichtung ändere funktioniert so definitiv alles bin ich gerade gegen die Mauer gehauen hier lächerlich ja ist ja alles lässerlich ist ja alles ach Gott ja ich bin jetzt ins Wasser geplumpst hier das ist was soll vom dritten Platz bin ich jetzt auf dem zwölften ja ich lef 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 du wolltest nicht dreck du wolltest dieses heiß dreck hier ne juhu die ist halt an dem hintersten strecken im ganzen Spiel ah Mario nix aber Mario hier Mario ähm ist gestorben Mario geht gleich ins Hotel und kümmer hat sich um Peets das ist ja Sex Joke ist raus da die Größe gehen raus also ähm ich mag irgendwie diese jaaaa dieser Baby Mario ist so ein Riese konvertiert konvertiert tier das war ein feuerding habe ich nicht gesehen wüsste ich doch nix spiel merkt wie ich nehme auf weiß aber aber an weiß man man fällt irgendwie drei plätze zurück wenn man kurz weg fällt aber das andersrum geht das nicht das ganze bist du und erstes spielprinzip er war vor allem die 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 diese kugeldinger sehen voll aus wie sowas beim bowser endbosskampf hier hätte nach vorne schmuggeln müssen das ding hätte ich einfach müssen das wäre mein pflicht einer mann ich will voll explodieren hatte hatte fahrtkette hätte hätte david kette aber was im wiener sind denn hier alle zusammen das spiel ist der betrug wenn man es nicht geübt ist weil ich bin es geübt weil ich jetzt plähe aber sonst wenn man keine übung drin hat ich das ganze betrug aber hundertfünfziger hupen ist so oder sowas betrug den nehmt am freitag auf doch das ist wirklich der wahl der bätschern wer hat mich überholt aber mario die gab es ja baby peter baby mario überholt sollen die beiden baby kinder doch zu hause bleiben und bis ins baus haben ich helf dir mal überholt nicht überholt nicht dank des messer geworden ja ich hab dir die erste mal vorgeschickt jähl dann hast du sofort denk dir verblägen my game ne bombe direkt in die fresse ausgelöst direkt am start uff 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 wer ist denn da fuck da war das wasser da war das wasser ja ich bin jetzt weiter hier da ist alles cool ja dritter was du bist vierter was machst du sowas vorne ja das du oh nein 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 digga das ist einfach ey nein das ist ein fake würfel jetzt bleib ich überall hängen sechster nein bleib ich sechster vierter ich sag's ja das spiel ist der reinste betrug hier hä irgendwie jeder dieser komischen magma porn mob mich jetzt achte was das spiel ist da rein snappig auf die letzten meter immer ja wir haben jetzt alle um drei ne du um vier plätze verslöstert die letzten meter wird mir dann weggemacht die kleine mini mario ist vor mir ein bot darf nicht besser sein als es sonst so hart ehre genommen das spiel alle so hart jetzt rum äh was such es für den das tolles aus oh gott die pilzloch darfst du die dann aus regenbogenboulevard hast du mir angedroht musst du machen hast du mir angedroht da hast du es machen muss weil du warst und war richtig geiles trecke um weil ich hier mehr hatte es sich sind die es sind die dieses piste blätter warten ist was du nächst das war doch mal aus du bist du hast du musst du doch zwar hier ja 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 die die ist so geil die strecke ist eine von meinen lieblings treten sie mögen wenn du die eine strecke voll geil finde sondern nicht weiß wie sie heißt die ist richtig krass oh das ist die die gab es doch beim ds spiel oder gab es die dann nicht auch die weiß ich nicht aber die gar seit der vita nicht mehr das ist so ein abfuck nein das kriegst du cool gemacht so nur die alten nerven hier rumfahren ja aber die ist so schön alle die autos die nerven wenn die rumfahren ja und die werden nicht wieder ein teil dieses levels sozusagen was für level das ist ne das ist das ist ein ah fuck da war ein auto hallo erster bist du kacke bist du gleich gegen ein auto ich bin jetzt gerade gegen zwei autos schon gefahren hier ok die haben mich einfach überholt weil dann Leute manchmal fahren hier bombenautos rum wieso fall ich hier gerade runter hmmm warte fuck du bist erster ja ich hab mir die erste junge fahrt ich bin zwölfter lässerlich oh ich hab ne rakete lol sonst rasiert das alle ha loll so ist sass äh was erzählen die alle alles klar die rakete endet direkt vorm auto schauen wir es an ich digga die rakete endet direkt vorm auto beste rakete das ist halt so hart betrug lässerlich ich bin elfter ein bombenauto ein normales auto ein roter panzer ja ja fuck ich bin sechster ich bin zwölfter was ist das einfach nur lässerlich so hart betrug lol wo guck ist denn hier rum guck mal jung einschlag uuuh erster das ist einfach nur lässerlich hier eigentlich feier ist das dreck aber 100 ccm ist mit dem autos habe ich das hier das ist hart hart ich bin ja echt gut das ist echt lustig aber aufpassen vor den bombenauto ja scheiße ey wieso bist du so gut weiß nicht ich hab so gut an ja schon wieder ein drecks auto digga lässerlich digga muss los ja digga ich bin hier gleich ganz groß gut rakete was mit mir denn ist los alter guck mal was ich jetzt bin wer hat denn die endet wieder vorm auto wer hat denn die endet wieder vorm auto nö gut digga vierte oh mein gott oh mein gott am 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 arsch das hab ich irgendwie nie berührt aber am arsch alter danke dafür spiel noch eins noch eins die haben sich irgendwie so hart betrug hä wie tf wo kommt das drecks auto hier auf einmal kann sein dass der auto schneller werden ich weiß nicht kann das wenn der auto plötzlich aus dem nix vor dir spawnt ja junge die sind hier grad so lang schnell lang gefahren digga es war elfter und zwölfter weißt du was geworden bin jetzt kommen die aus der gegenpiste ich fahr ja noch was ich fahr ja noch was und da hat es mal wer wer elfter und zwölfter war gerade das geworden bin lächerlich junge diese piste ist so lächerlich es ist so lächerlich das ist betrug pur eine strager nach vorne was fährst du was was nimmst du denn noch eine strager nach vorne was fährst du was was nimmst du denn noch eine strager nach vorne betrug betrug so das ist by the way wenn dir das anzauert kommt das video am was haben wir heute vorentag mittwoch ne genau kommt das am freitag hoch eh donnerstag hoch donnerstag hoch donnerstag hoch und das ist dann auch von der letzte part von markard b das war so ein together part hier ich bleibe immer die ganze zeit hinten alter einfach um mal ein part together zu spielen und Spaß zu haben da gut eben bei eventuell machen noch nie das der vorletzte was war noch ein 150er CCM Part der kommt am freitag hoch das dann letzte das ist der vorletzte Part alter nee ich hab noch gar nicht gespielt Soos Soos das ist einer vom neuen Cup glaube ich die kenn ich noch gar nicht ein Junge die gab beim DS an DS Teil kann ich nicht mehr ich hab ihn zwar mal als Blade aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern Paiyoshi wirklich gab es das auf dem DS? ah ich hab ein 3DS Teil damals losgesuchtet ganzhaft ja man verliert immer sein item ich hatte nie ein DS ich hatte immer erst so 3DS aber da war es den ersten damals der auf den Markt kam das ist so kack man verliert immer seine items wenn man von irgendjemand angerempelt wird mich die muss aufs Klo ich wollte schon gehen wo wir vorne da waren aber habe es vergessen und jetzt habe ich natürlich hier bei mir nicht gegangen joa aber das ist mir ein Druckspiel hier ne aber das ist jetzt mal jetzt das Betrugspiel ganz gut mit mir dazu das ist ja lustig ich bleibe immer die ganze Zeit hinten dann überhole ich dich im letzten Moment alter du bist auf dem letzten geraden Ding damit du nichts mehr dagegen tun kannst so richtig opfermäßig Hauptsache ich fahr mal da oder ich mach es jetzt eins für Koopa eins für Baby Mario wer ist jetzt dran Baby Peach so alle mal gehittet so was soll die Wiese macht das langsamer ja was los alt der die dieser Kettenhund ist nicht angekettet oho der sind die Erkenntnisse äh wie ist das denn das angekettet das ist Mann in Parks das ist fahrlässig ja das ist fahrlässig ja ja zwei roter Panzer dann noch ne erstler Bombe ja genau Digga das ist einfach nur lässer Lissabedruck hier David enjoy was auch sonst das ist lässer Liss Digga Digga ich weiß Junge dieses Spiel ist lässer Liss sei es auf Mario Kart sei es auf Mario Kart 7 mit Hackern wo tausend Bomben und anfangen getroppt werden das ist nicht weniger Betrug als das hier Betrug Isla Alter was ist das für Baby Peach Alter ja genau laut laut Hittel mit Anzeige ist raus hier ist immer komplett alles alter du hattest mich noch nicht sehen sollen wie ich in Mario Kart 8 gegen Kollegen gespielt hab ich hab ein Studo gesmissen Hetzer aufm Boden geknallt mir aus dem Raum gegangen was bist du Studo aufm Boden gesmissen Hetzer raus also ob ich bin 6 was hast du jetzt gemacht ich bin kurz stehen geblieben wieso weil ich irgendwas gefahren bin ja eben das ist jetzt heftig gerade man bummst irgendwo dagegen oh mein Gott ein riese du kleiner shit alter du kleiner shit joa Digga ich überhole Pilz bleibs nein ich hab das weiter also also okay Pilz ich bin Yossi und ich werde dir du hast so viel Glück alter ne ich als Yossi ich klau den Mario als du Piet alter ich bin trotzdem erster maybe Peach auch selbe Punkte trotzdem bin ich erster so gehörts ich bin fünfter lass mal aufhören damit bitte das hört man übelst haha also dein Resümee lustig oder heiße top oder flop hm flop nicht du flop ich bin erster geworden nur zu Gott ja flop haha also ich bedanke mich hiermit ganz herrlich vom zu-sauen macht's gut bis zum nächsten mal und ciaooo wuu 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 Bis zum nächsten Mal.